Hallo an alle Schweizer, ich grüße auch alle Leute von Nordmazedonien, aus dem Kosovo, liebe Albaner in der Schweiz, an alle. Ich bin ja selber aus dem Ausland, ich stamm aus der DDR, wir befinden uns jetzt auch in der DDR, wir sind genauer in Prora. Hinter uns sehen wir das Gebäude von Adolf Hitler, es ist das längste Gebäude der Welt, es ist vier Kilometer lang. Das Gebäude hat Adolf Hitler baut, 1930, es wird also jetzt bald 100 Jahre, vier Kilometer lang, Prora, das längste Gebäude der Welt, ich zeige es euch jetzt noch, es geht hier weiter, ich gehe hier ins Feld, bitte, dass wir uns zeigen, das längste Gebäude der Welt, Prora von Adolf Hitler. Dankeschön.